Hallo, wer bist denn du? Ich bin die Franziska. Und was hättest du für Ideen für Tirol? Eine Area in Osttirol. Also das heißt, du bist aus Osttirol und da habt ihr es nicht so etwas Ähnliches? Nein, gar nichts. Und so eine richtige Area, so wie es da ist? Ja. Und hast du vielleicht eine Idee, wo man das genau machen könnte? In Lienz. In Lienz? In Osttirol, ja. Und da wäre vielleicht auch eine Räumlichkeit, wo man das machen könnte? Ja, neben dem Schwimmbad. Ah, quasi ein Schwimmbad zu erweitern zur Area. Ja. Super, danke. Okay.